Freunde, wir haben uns eine kleine Challenge ausgedacht. Neues Format hier auf diesem Kanal. Es wird eine Challenge geben. Und zwar 24 Stunden gekettet an Alarm. Ey, oh, okay. Das ist das. Das ist das. Geht das nicht eng an? Wahrscheinlich ja nicht. Oh, scheiße. Mein Bein. Oder über den Hals. Okay. Warte, ich stelle mir jetzt auch einen Timer. Ich mache jetzt einen Timer. Wir sind jetzt halt Realtalk aneinander festgekettet. Digga, wo ist der Schlüssel? Hast du den? 23 Stunden und 59 und es geht los. Ja, viel Spaß, Rina. Perfekt. So, Freunde, unser Tag startete damit, dass ich ein 50.000 Euro Fortnite-Turnier spielen musste. Aber eine Sache hat mich natürlich davon abgehalten. Was macht ihr hier, Lina? Ich muss jetzt hierbleiben. Und ich könnte auch einfach mal so ein bisschen so... Ich kann nämlich jetzt drei Stunden neben meinem Ars sitzen, um ihm zu gucken, wie er Fortnite spielt. Nein, also, sein Maid kommt, sein Maid kommt. Oh mein Gott, ich kann das alles nicht. Und sie zieht an meiner Hand. Mach das noch einmal, ne? Ich werde dich finden. Wie findest du, Frau Mel? Ich habe es halt schon gerade eben gesagt. Amar schreit die ganze Zeit nur und bringt mir halt gar nichts bei. Ich wünschte, er würde mir mal was beibringen. Ich bringe ihr das gleich bei. Das ist die erste Challenge tatsächlich des Abends. Ich habe jetzt gerade zwei Bierintos und ich muss extrem dringend auf die Toilette. Ich würde sagen, du gehst zu ihr. Ich gucke mir jetzt einfach mal auf. Ich weiß nicht. Amar, jetzt geh. Jo, nice. Ich muss nicht aufs Klo. Ich will aber nicht, dass man das hört. Man kann das ja zumachen, oder? Könnte man das zumachen? Ich kann es jetzt, schau mal, ich kann es zuhalten. Und jetzt kannst du dein Ding machen. Machst du wirklich Pipi? Ja. Macht ihr wirklich Pipi? Aber wie macht man das dann, wenn ich vielleicht weiter weg ist, wenn wir zum Beispiel in den Klopf gehen? Hast du das schon mal mit einer Frau gemacht? Ja, das ist auch was anderes für mich. Achso. Gefällt es dir? 30 Stunden. In der intimsten Zone deines Lebens einfach. geobachtet zu werden. Das ist das respektloseste Video. Sie hält einfach deine Hand beim Pissen. Durch Mark Eggers habe ich tatsächlich ihn kennengelernt. Und jetzt, ja. So. Lina macht jetzt auch ihr Ding. Das geht so, Lina, oder? Ja, perfekt. Oh, die Tür geht auf. Nein, schreit's. Nicht zuhören. Wie, nicht zuhören? Mach meine Baustür. Achso. Wer benutzt denn Seifeln auf dem Pinkeln, Digga? So, hier könnt ihr ja schon mal das Ganze liken und kommentieren. Wer würde gerne auch einen Tag mal mit Lina verbringen? Wir verlosen nämlich jetzt gerade, unter allen Kommentaren, einen Tag mit Lina, 24 Stunden gemeinsam. Aber wichtig ist, dass ihr halt Fortnite-Pro seid. Hol dir mal ein T-Shirt. Was willst du anziehen gleich? Sollen wir mal rausholen, was du dir anziehen willst? Komm. Ich hab ne Idee. Mhm. Ich zieh mein Prader-Hemd an. Also doch ein Hemd. Ja, aber so, so ein chilliges. Hä? Guck mal nicht. Dreh mich nicht. Dreh dich jetzt auf. Hör auf, mir hat sie schon. Ich guck dich auch gar nicht. Ja, wo willst du hinlaufen? Wolltell. 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 Das geht gar nicht. Das geht wirklich nicht. Egal. Ich bin heute der Armin-Armige. Okay, neue Idee, was jetzt? Tanktop, oder? Wir ziehen uns nen Tanktop an, weil hier funktioniert's nicht. Ja. Aua. Ich nerf nur. Okay. Nein, so. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. So, 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 so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie schlau. Ich weiß nicht, was die da machen, Digga. Schlafen. Aber wie sollen wir denn so schlafen? Wie soll denn das funktionieren? Du leg dich da hin. Digga, wie soll das gehen? Leg mal da hin. Okay. Ich leg mich jetzt hier hin. So. Umarmen sie. Komm. Ich hab hier meine Decke. Nice. Leg mal deine Hand hier. Wo? Und dann schnarcht's, Amma. Und dann nehmen wir alle Nerven zusammen. Und Hades auch. Ja. Und wisst ihr, was eigentlich das Schlimmste ist? Nein, jetzt mal real talk. Die ganzen horny Jungs in meinen DMs so, Bro, die sind hot. Digga, das haben die noch nie bei mir vorher geschrieben. Egal, mit wem ich war. Also, real talk, das ist schon ein bisschen cringe. Also, wenn ihr das Video seht. Jungs, alle hart cringe. Schreibt die einfach an, wenn ihr die hot findet. Oder, Freunde, ihr folgt einfach mir auf Instagram. AmmaTV. Ich mach die babamäßigsten Storys. Ich mach richtig geile Posts. Also, checkt's auf jeden Fall ab. Wir sind kurz vor 300.000 Abonnenten auf Instagram. Abonnieren. Meint ihr, wir kommen so in den Club? Und dann so voll so auf besoffen tun. Ey, so wird's halt legit gehen. So auf. So wird man's gar nicht checken. So auf. Ey, sie ist so auf so. Nein, sie ist so übel betrunken. Tut mir leid, sie ist voll betrunken. Ey, oh. Ey, ich freu. Bring sie nur kurz in den Club rein. Und hinten kommt so, wenn ich hinten komme, kommt das so raus. Und dann denkst du doch mal kurz. Oh mein Gott. Stell mal, wo wir gehen, da hat der Polizeiwache lang. Ey, meine Freundin ist nur betrunken. Yo. Nein, weil ihr so ganz tolle Menschen seid. Warum? Okay, ich bin gespannt. Ich hab Angst. Festhalten. Nicht Angel, nicht Angel. Ein Cheerleader-Outfit. Du kleiner Witz. Oh wow. Oh wow. Die passenden Socken noch mit dazu. Und du willst jetzt wieder mitfeiern gehen? Was ist das denn? Das sind Pompons. Und das Kleid. Oh. Sexy. Boah, ich hab fast 200 Euro davor ausgegeben. Das ist eine voll schöne Idee. Wie kamst du da drauf, wenn ich fragen darf? Ey, wir sind gerade im Club. Das Ding ist, ich bin hier echt öfter mal, ne? Und die Türen haben alle so komisch geguckt. Und die müssen den Stempel auf der rechten Seite geben. Hier ist der Stempel. Digga, und die Mädels so von der Abendkasse. Ja, ja, macht mal ruhig. Die haben nicht mal nachgemacht. Nein, die haben nicht mal nachgemacht. Aber das war echt, ey, falls ihr das seht. Dankeschön. Schaut uns geht raus. Guck mal bitte. 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 Guck mal. 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 Boah. Guck mal. Also ich bin ihr Anwalt und ja, wir sind gerade aus dem Club raus. Also was wir zusammen so erlebt haben waren zum Beispiel unter anderem Toilettengänge. Also wir haben heute auf die Toilette gehen und ich musste auch auf die Männertoilette gehen und dann musste ich meine Augen zuhören, dass ich auch keinen nackten Männer sehe und damit ich dann vor der Toilettentür auf Amar warten kann, bis jetzt fertig zu Ende geküppelt werden. Das waren dann die Augen zugehalten. Ich hab das so gemacht. Ja, ja, ich auch. Soll ich Ober rufen? Sagst du bitte nochmal? Nein. Mir wurde heute auf den Arsch gefasst von fremden Männern. Cool, das war richtig schön. Gestickt und angemacht. Weil keiner fasst ihn an, ohne mich zu fragen. Aua. Nur ich. So lange haben wir noch. Wir müssen jetzt aber gleich noch schlafen. Ähm, ich würd gern duschen. Jetzt? Ja, ich riecht voll nach Rauch. Ja, ich schmeiße auf den Boden. Das ist halt ein bisschen Bahnhof hier, oder? Was ist das denn? Ey, das ist respektlos. Was habt ihr hier gemacht? Warum habt ihr denn so viel Zwiebel geschickt, da haben wir so wenig benutzt? Digga. Ich esse einfach nur so... Amar, ich ziehe jetzt mein Schlappt-T-Shirt an. Das hab ich mir neu gekauft. Ja, das darf man machen. Was isst du denn? Also... Wow. Hm. Guck mal jetzt. Hm. Oh, komisch. So, meine lieben Damen und Herren da draußen, heute werden wir jetzt nach oben gehen und wir werden jetzt gleich schlafen. Einmal muss die Dame noch auf Toilette und dann gehen wir tatsächlich gemächlich ins Bett. Ich lag auf dem Boden oder im Hundekarpchen. Uh, das wäre geil. Ob das funktioniert? Ja. Sehr gut. Guck mal, ob du gemütlich liegst sonst. Hier, eine Decke? Guckst das so? Oh mein Gott, ist das gemütlich. Ich find's super. Okay, dann gute Nacht. Bis morgen. Ey, dankeschön. Leute, ich hoffe es hat euch bis jetzt gefallen. Wir haben noch 13 Stunden auf der Uhr. Hallo? Guck mal, Bro. Lina, hallo. Wie habt ihr geschlafen? Gut. Einigermaßen. Hades. Du hast in deinem Bettchen geschlafen. Wie? Wovor hab ich denn geschlafen? Wie habt ihr geschlafen? Ja. Ganz okay. Bisschen komisch. Ich hab ein bisschen Nackenstarre. So leid's mir tut. Lina? Hm? Ich muss duschen. Okay, wir haben jetzt so ungefähr 20 Minuten rum. Sie ist dreimal irgendwie aufgestanden. Wie geht's dir denn? Wir reden so viel über mich die ganze Zeit. Wie geht's dir? Ich will das alles nicht mehr. Das war ne blöde Idee von mir. Das macht keinen Spaß. Oh, guck, es war deine Idee. Das war unsere Idee. Du hast gesagt, oh, nicer Amar, lass mal mich 24 Stunden an dich zu kämen. Ich weine. War keiner von euch kacken oder so? Oh, stimmt. Hä? Nein. Ich muss doch irgendwie gar nicht. Das wäre ja voll weird gewesen, wenn einer von uns kacken gewesen hätte. Klappt das von der Länge? Äh, klar. Voll normal. Dann mach doch mal. Nicht so viel Druck aus wie du. Wir müssen mal ein Fazit jetzt machen aus der ganzen Experience. Also, ich find's echt krass, wie nah wir uns gekommen sind. Trotz, dass wir uns echt nicht immer kennen. Und jetzt teilen wir halt den täglichen Momente schon miteinander. Das stimmt. Oh mein Gott, das hast du gut einfach nicht mitgefilmt. Wir waren zweimal im Club auf Klo. Oh mein Gott, das war so lustig. Ja, das war tot witzig. Warum haben wir das nicht mitgefilmt? Wie dumm, weil wir einfach zu drunk waren. Nein, du meinst so, ey, lass mal ummachen auf Klo und ist okay. Ey, erzähl mal was. Ich hab sogar gefragt, wenn solche mitkommen sind. Ey, wir kommen gleich wieder. Ich weiß es doch ganz genau. Guck. Also, okay. Äh, 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 äh. Okay, Freunde. Endlich. Was für endlich, Digga? Du warst die Nervensäge. Nein, du warst super. Ich, ich, ich hab das super mitgemacht. Du hast das wirklich super mitgemacht. Guck mal, du hast jetzt noch sechs Sekunden. Willst du noch irgendwas sagen? Ähm, danke. Also Freunde, Amma ist übel sexy und bitte abonniert diesen Kanal, der ist voll cool. Eins. Oh mein Gott, ist das gut. Oha. Über der Hand. Ah. Tschüss. Hallo. Na? Viel Spaß. Ganz voll kauf. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen. Nie mehr Hard Times, Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Nie mehr Hard Times, Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Vielen Dank.